Ja, und jetzt? Was ging jetzt auf? Was ist jetzt passiert? Hä? Was ist denn jetzt passiert? Ich habe was hinbekommen. Und was habe ich jetzt hinbekommen? Hier leuchtet jetzt auf einmal alles grün. Ah, das Tor habe ich aufbekommen. Okay. Okay. Oh, ja. Oh, may I show you something? We're going! Oh, oh. Scheiße, ich wollte ja gar nicht runter, es tut mir sehr leid. Einmal mit Profis. Oh. I'll show you something. Warte drauf, dass hier was runter fliegt, ehrlich gesagt. Da oben ist was. Hier auch. Warte, ich muss haben. Ah ja. Nein! Fand ich fallen! Oh nein, es ist runtergefallen! Oh, ist das so bitter! Es ist eiskalt runtergefallen! Oh Gott! Eiskalt! Ich weiß nicht, was es war! Bist du weg? Oh, das ist so hart! Ist es von der anderen Seite blockiert? Okay, okay, okay. Oh Gott! Muss ich das hier so machen? Ja, ist das wirklich so? Ich glaube nicht, dass das so richtig ist. Kann ich mich hier nicht durchgewetschen? Ah, hier! Puh! trippich! Seperem option! Jam! Jam-jam-jam-jam-jam-jam. Ja-ja-ja! Nah-ja-ja! Das wollen wir doch jetzt hier nicht! Keinen Scheiß. Was gibt's denn hier noch? Hier, ´ne Wurst haben wir wieder? Was ist das? Uh, oh! Oh, oh! It's a base for a crank wheel. It's no use. Okay, verstanden. Okay. Okay. Jetzt. Keine Ahnung, was ich hier mache, aber es sieht glaube ich ganz gut aus. Ähm. Oder nicht. Okay. Weiß nicht. Oh, da ist ein Zettel. Vielleicht hätte ich erst den Zettel lesen sollen. Wie komme ich denn jetzt hier wieder raus aus dieser ganzen Geschichte? Bitte. Ich war ja jetzt ein bisschen dumm. Aber. Aber. Keine Ahnung. Vielleicht. Richtig. Ich. Ich. Was ist hier eigentlich? Ja. Schöne kacke. Scheiße habe ich hier gebaut. Was ich. Ich glaube, ich habe gerade echt, echt, echt so richtig Mist gemacht. Oh. Ah, ich verstehe. Nee. auch nicht kriegt das noch hin um ein kleines boot ins wasser zu lassen werden zwei mann benötigt versuchen sie es nicht allein sobald eine person sicher im brot sitzt benutzt eine zweite person die seilwinde um das boot langsam ins wasser hinab zu lassen überprüfen sie immer vorher das boot und die seile auf bruch stellen er hat keinen zweiten mann dachte man kann da noch hoch aber die pops out if i turn it too tight wo sind wir das problem denn und it's a base for hey wie löse ich denn das problem warte mal muss ja irgendwie ein gitter ne ja 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 oh gott und jetzt abstürzen darunter fallen vielen dank auch es ist ein es ist es 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 Wuii! Flatsch! Oh! Hi! 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 Okay. Hmm. Ich würde so gerne wissen, wie man das weg bekommt. Wir haben aber kein Licht. Ich würde so gerne wissen, wie man das wegkommt, wie man das wegkommt. Äh, Central Intelligence Bureau? Keine Ahnung. Und wenn die Fässer entzündlich sind, sterben Sie sie und zur Hölle. Versuchen Sie es an Orten zu machen, die den Zugang blockieren. Dazu gehören, machen Sie diese Bereiche dicht. Keine Zeugen. Keine Ahnung. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin voll in die... zum Thema zwei Personen. Du dachtest doch nicht, du wärst allein. Ich habe Hoffnungen und Träume. Also ja, ich dachte, ich wäre allein. Diese trüben Wasser sind keine angemessene Repräsentation dieser Bucht. Äh? Ah, von der anderen Seite. Vielleicht von hier? Ja, von der anderen Seite. Das ist schon, oh Gott, ist das gut. Hä? Darauf sehe ich jetzt nichts mehr. Cool, sehr cool gemacht. Sehr, sehr, sehr. Ich hätte gerne ein bisschen Leben, hätte ich ganz gern. Was zu snacken? Ich weiß nicht, wie ich das hier wegmachen soll. Schade. Oh, so. Oh. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh! Oh! Oh nein, ich hänge! Ich hänge! Oh! Okay! 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 Äh... Okay... Hallo? Okay! Okay! Was? Okay! Ganz schön wild hier! Alles! Man kann auch... Halten Sie sich von der Thanatos fern! Da ist es nicht sicher. Es gab einen großen Zwischenfall. Das Zeug ist überall. Es ist auch hochgradig, gefährlich, entzündlich und giftig. So hoch fliegen wie ein Drache. Der Käpt'n und seine Besatzung wurden geflogen. Alles klar! Der Käpt'n ist raus! Ups! Das ist vollkommen in Ordnung. Ich bin trotzdem da. Die Sache wird immer merkwürdiger. Dimmst rum. Dimmst rum. Dimmst rum. Was ist das denn cool ist? Oh, das ist so cool gemacht, hui, hui, oh oh, wie ich Angst habe darunter zu klatschen, ne? Hieronimo! Oh oh, ah, ging gut. Es ging gut. Ähm, ich will ja nix sagen, ist bissl eng hier. War gar nicht hoch. Ging gut. Ja, grad so. Ich bin zu fett, ich komm hier nicht durch. Ich bin zu fett, ich bin zu fett. Oh Gott, ey, das ist schon sehr, sehr cool gemacht. Auf so ne Idee zu kommen, ist schon irgendwie geil. Dave, bist du's? Dave? Mein Gott, bist du Dave? Ne, George. George was? Der George ist unser Mann. Sind wir der Käpt'n, oder? Komm, wir stecken mal in den Riesenschlüssel. George, wo bist du? Oh Gott, das klingt wie, wie, wie es. Der George. Bei dem hat's auch geregnet, als er verschwand. Und im Guli eingesaugt. Und im Guli eingesaugt. oh gott ist es das sehr wild mit den schatten ist das wild gern echt gern wirklich 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 speichern wollen muss auch so langsam speichern arg doof hier ja 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 Wahrscheinlich dieses Warnsignal. Jo. Ich glaube, wir sind auf die Klippen zugesteuert. Das war ein bisschen ungünstig. Ich glaube, wir sind auf die Klippen. Die Sonne hat die Wacken in seinen Wacken geflogen. Und icharische aus dem Meer und in den Ozean, wo er geflogen hat. Du fliehst zu nahe zu der Sonne, Desmond. Schöne Dinge passieren für diejenigen, die zu schnauern. Scheiße, hier geht nichts. Alles klar. Es hat gespeichert. Yes.